Hallo und herzlich Willkommen zum vierten Teil des Demon's Try Mega Review Podcast. Mega steht in dem Fall immer noch für mega viele Spoiler und in dem Fall habe ich auch mal wieder Herr von und zu Chris dabei. Grüß Gott. Dem es übrigens stimmlich immer noch nicht besser geht. Ein Tag hat offenbar nicht gereicht, um das zu kurieren. Nein, von daher entschuldige ich seine eher Katzenstimme und exakt das, was ihr gerade gehört habt. So, und weil ich ihn so unglaublich gern habe, darf er heute auch ein bisschen mehr quatschen. Denn ursprünglicherweise wollten wir uns nochmal den Film angucken. Ich habe es leider gestern nicht mehr geschafft, den zu gucken. Weswegen er jetzt gleich uns etwas über Genai und wie er in diese gesamte Story reinpasst erzählt. Aber davor gehen wir trotzdem obligatorisch nochmal ganz kurz die Animationen durch, bei denen ich tatsächlich noch ein paar Worte verlieren möchte. Oh, okay. Ja, und zwar die Anfangsszene, die im vierten Teil drin ist. Digimon Tried Chapter 4 Lost beginnt eigentlich mit einer Geschichte, die so ziemlich den Ursprung von Digimon beinhaltet, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Naja, den Ursprung von Digimon nicht ganz, sondern eigentlich nur den Ursprung der vier Souveränen. Ja, aber erstens den vier Souveränen, von denen es übrigens auch ein fünftes gibt. Wie ich letztens herausgefunden habe. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja. Denn dieses fünfte steht sogar noch über den Souveränen. Ja, das wissen wir. Und wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, müsste, zumindest laut dieser gesamten Einführungssequenz, die uns zeigt, dass Himikawa und Herr von und zu, ich habe keine Nippel, wie alle anderen auch. Was, 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 was? Ich weiß immer den Namen auch nicht von dem Typen. Der Lehrer heißt. Ich muss, ich muss immer an diese scheiß Szene im zweiten Film denken, wo, wo die Bade aus sind und alle alle keine Nippel haben. Das ist so seltsam. Oh Mann. Aber, äh, die beiden waren schon mal in der Digi-Welt, ungefähr im Alter von TK, als sie in die Digi-Welt reingegangen sind, vielleicht noch ein Jahr jünger oder so, und haben quasi die Geburt, quasi, ja doch, könnte man eigentlich sagen, oder? Die Geburt der Souveränen vier mitbekommen? Ähm, ja, mitbekommen, denn, äh, es waren ihre eigenen Partner, die zu den Souveränen wurden. Zumindest, äh, von einem von beiden, denn, äh, der Partner von Frau Himikawa wurde geopfert. Genau, um diese Digi-Digitation überhaupt, äh, vollziehen zu können, was? Naja, äh, um sie vollziehen zu können, nicht wirklich, also, da hat die Homö-Tase eher noch die Finger mit im Spiel, äh, die scheinbar die Kraft an die, äh, vier anderen übergeben hat, denn das Opfer diente eigentlich nur dazu, um den Angriff, der, was mich sehr verwundert, zu dem Zeitpunkt, äh, Meister, ne, war doch die Meister der, äh, Dunkelheit? Oder so, oder findest du das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, Piertmann und Co. Zu stoppen und scheinbar auch zu besiegen, denn, wie sollt auch anders sein, äh, die beiden Digi-Ritter, Digi-Welt, Gefahr, ausgerechnet die Meister, die Meister der Dunkelheit waren's, so. Äh, waren natürlich wieder ihre Gegner. Genau. Und, ähm, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, ne, müssten diese beiden eigentlich die ersten Digi-Ritter sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Äh, sagen wir es so, wenn wir, äh, dem Glauben schenken können, was wir im Film sehen, dann wiederum stimmt es, äh, dass diese beiden zusammen mit, äh, drei weiteren Kindern zu den ersten Digi-Rittern zählen. Äh, denn, äh, ich glaub, es wird in der Serie, in Staffel 1 sogar einmal erwähnt, dass, äh, die Digi-Welt schon einmal von der Finsternis, äh, äh, ja, gerettet wurde. Mhm. Aber mehr wurde auch weiter nicht drauf eingegangen. Ich glaube, das war, das war auch im, äh, Meister der Dunkelheit Arc, wo die dann, äh, von Genai so ein bisschen aufgeklärt wurden, ähm, wie das Ganze zusammenhängt. Könnte aber auch sein, dass das halt die, äh, in der Folge war, wo sie dann Apokalimon treffen. Könnte auch sein, ich bin mir grad überhaupt nicht sicher, wo das genau stattfand. Auf jeden Fall wurde das, äh, wurde das schon mal angeschnitten, dass sie halt nicht die Ersten sind, sondern die Generation danach. Und wenn mich nicht alles täuscht, doch, es war, glaub ich, in der Erzählung von Genai sogar gewesen, äh, da gab es, glaub ich, sogar eine Cutscene, in der, äh, in der schon mal Kinder gezeigt wurden. In dem Fall wurde damals, äh, der Ausschnitt von Tai und Co. genommen und einfach schwarz eingefärbt, äh, aber es sollte halt darstellen, dass die Digi-Welt schon einmal gerettet wurde. Mhm. Ja, genau. Und ich denk mal, das soll auf das Ganze hier eigentlich anspielen. Geh ich nämlich auch so davon aus, weil das würde nämlich anders keinen Sinn ergeben, denn, äh, die Meister der Dunkelheit existierten offenbar schon. Die souveränen Vier allerdings nicht und somit, äh, da es halt von solch hochrangigen Digimon meistens nur ein einziges Exemplar gibt. Mhm. Zumindest in der Serie. Ähm, ist das halt, ähm, ist das halt, ja, das ist halt die Geburtsstunde der Legende rund um die Digi-Ritter. Und somit quasi, und somit quasi der Ursprung der gesamten Digimon-Serie. Und deswegen, das, äh, 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 darauf wollte ich eigentlich mit dem Ursprung hinaus. Mhm. Ähm, ähm, was ich erst so im Nachhinein, äh, wirklich gerafft habe, so, ich glaub, zwei, drei Tage nachdem ich den Film im Kino damals gesehen hab, dann war so, Also, äh, das hat eigentlich sehr viel mehr zu bedeuten als nur so ein komischer Einspieler. Und, äh, das fand ich sehr stark, bei unssinnend, da sie dann auch, ähm, mehr oder weniger, ähm, auch, äh, Tamers ja mit, äh, reinbeziehen, die sich ja, äh, sehr viel mit den souveränen Vier auseinandergesetzt haben. Genau. Wobei man aber noch sagen muss, der allererste Auftritt war immer noch in Digimon Adventures 2. Zumindest von allen der vier souveränen. Das war... Was war das nochmal? Das war doch der Drache. Wer ist er noch? Ich komm grad auf den Namen nicht. Schwer auszusprechen. Axulomon. Meine Fresse. Ich krieg den Namen nicht richtig ausgesprochen. Kann jetzt sein, weil ich krank bin oder so, aber... Ja, so die großen, großen Viecher haben meistens irgendwie so ganz komische Namen. Aber um Namen geht's ja eigentlich nicht, wobei es doch heute auch um ein paar Namen gehen wird. Und ja, genau. Animation. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich von Animationen reden. Äh, genau. Genau. Wir schweifen ja jetzt schon vom Thema ab. Gut, wir haben schon ein Stück Story-Part mitgenommen, aber egal, das ist so die Animationen. Ich wollte eigentlich auf die Animationen im... Einfach ignorieren? Ja, ist gut. Bleibt so drin, random. Habst du nochmal Playstation 4 nennen müssen? Ja, das weiß ich. Ähm, dass die Animationen, die innerhalb dieser, dieser, äh... dieses Einspielers sind, die sind sehr interessant gewählt gewesen, weil sie, ähm, nicht so komplett detailliert gewesen sind, wie der Rest der, äh, der Filme, aber auch nicht zu simpel gehalten. Wobei der Zeichenstil von Try sowieso schon recht simpel ist. Und was auch den, den Art Director zurückzuführen ist, äh, dessen Name ich grad nicht weiß und grad zu faul bin, dies nachzugugeln. Ähm, und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen dieser, dieser graue, dieser graue Filter, der da drüber liegt, über die ganze Szene, das hat dem Ganzen noch so ein bisschen so einen, den gewissen Touch gegeben, der dafür nötig war, um dieser Szene Gewicht zu verleihen. Siehst du das auch so? Äh, ja, wobei ich sagen muss, äh, es muss ja auch diesen altmodischen Touch, nenne ich mal, mit diesem Graufilter haben, weil es erzählt ja nun mal die Vergangenheit. Und ansonsten, naja, würde, würde irgendwas fehlen, wenn sie diesen, allein nur diesen, äh, Graufilter, wenn sie den nicht eingesetzt hätten, würde allgemein bei der gesamten Szene irgendwas fehlen. Hm. Ja, das ist durchaus möglich, wobei das ja dem, der, der Anime-Kultur, beziehungsweise der Erzählweise von Animes ja schon geschuldet ist, äh, wie man Rückblenden einbaut. Ähm, normalerweise baut man eigentlich nur normale Rückblenden ein. Ähm, äh, Farbkodiert die vielleicht ein Stück weit anders, aber, oder halt sehr speziell, wie es Animes tun. Aber ich denke mal, selbst ohne diesen Graufilter hätte man, vor allen Dingen durch die Erzählung im Hintergrund und auch das, was dort auf dem Bildschirm zu sehen ist, gerafft, okay, das ist jetzt eine Rückblende von Himikawa. Ich glaube, die, die, die Himikawa, die ist, glaube ich, danach ganz kurz noch zu sehen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche und dann geht es mir zu dem... Äh, inwiefern meinst du zu sehen? Äh, nach dieser, nach dieser Rückblende. Achso. Also als, als Gegenshot, weißt du? Mhm. Ähm, da sie ja wieder in der Digi-Welt zurückgekehrt ist und nach ihrem eigentlichen Partner sucht. Wie wir dann im, äh, fünften Film herausfinden. Ähm, naja. Nein, das finden wir schon im vierten leider raus. Naja, obwohl leider ist es gut, wir troffen, wir finden es im vierten raus. War es schon im vierten? Ja, denn, äh, das Ganze... Stimmt, gegen Ende, gegen Ende war das ja so, äh, naja, gegen Ende auch nicht, eher so Mittelteil. Mittel, also geht schon zum Ende hin, aber ist eher noch so im letzten... Letztes Drittel. Letztes Drittel. Genau, letztes Drittel. Wobei man ja auch sagen muss, äh, der Lehrer sagt ja selbst zu ihr, also ihr Partner, also Kumpel, Partner, Kollege, nennen wir ihn einfach mal so, sagt er selber eigentlich noch zu ihr, äh, in einer weiteren Rückblende, nachdem er sich, äh, an was erinnert, von wegen sie, äh, soll nicht, weiter nach ihm suchen, denn, äh, dadurch, dass diese vier Souveränen geboren wurden, ist ihr Partner nicht zurück in ein Digi-Ei gewandelt worden, weshalb die vergebliche Suche nach dem Partner eigentlich völlig aussichtslos ist, worauf sie dann eigentlich erst erzählt, es gibt eine Möglichkeit, wie sie ihren Partner wiedersehen kann. Und das ist der Reboot. Ja, der schon damals offenbar zur Sprache gekommen ist, aber, äh, na, zum Glück nicht ausgeführt wurde, weil sonst wären die Ereignisse von Adventure One etwas, naja, sagen wir mal, anders verlaufen. Genau, äh, was, äh, auch dem verschuldet ist, wahrscheinlich technologisch, äh, oder geldtechnisch, wird's, äh, für sie noch nicht die Möglichkeit dazu gewesen sein, dies alles auszulösen, aber, wie wir auch, ähm, ich glaub, ein paar warten noch im dritten, oder kommt, äh, im vierten jetzt, erfahren, äh, oder erfahren haben, äh, spielt ja auch die, äh, Homöostase eine Rolle mit zum Reboot, die das eigentlich erst veranlasst. Genau, die eigentlich, die quasi, weil die Digi-Welt und die Reale-Welt kommen ja auch, wie, wie heißt dieser scheiß See nochmal, ähm, dieser, dieser Datensee, weißt du, was ich mein, ähm, der wurde im dritten Film nochmal präsent angekündigt, ich weiß, den Namen wissen wir, weiß ich jetzt gerade nicht, aber wir beide wissen, wovon wir reden, äh, und wir hoffen die Zuschauer auch, ja, also die Digi-Welt und die Reale-Welt stammen ja aus diesem See und sind da quasi nichts anderes als, äh, ich finde, um es mal bildlich zu formulieren, Seifenblasen, die daraus emporsteigen, die daraus, ähm, oder vielleicht wie eine Art, Knetmasse, die, die daraus geforbt werden, auf jeden Fall, ähm, die Humor-Star selber, selber, soweit wir jetzt wissen, ist quasi die göttliche Präsenz, allen Lebens, ja, die über, über diese, diesen See und, äh, dessen, dessen Welten wacht, also steht dem, dementsprechend doch mal über Yggdrasil, der allerdings erst Richtung fünften Film an Relevanz gewinnt, und dementsprechend halt auch das Gleichgewicht der Welten versucht zu bewahren, egal um welchen Preis, weil im schlimmsten Fall nehmen wir die Welt, packen sie wieder in den See, holen sie wieder raus, und alles ist wieder neu. Und das wäre dann in diesem Fall der Reboot. ist der Reboot zugegreifen. Ja. Von daher, ähm, bietet so, auch die Humor-Stasis selber, eigentlich, nicht wirklich das Potenzial als Feind, sondern, es ist genauso wie, ähm, in Avengers Infinity War, ja, seltsamer Vergleich, äh, Thanos, der einfach nur auf eine vollkommen andere Weltansicht hat, in dem Fall ist es die Humor-Stasis, die einfach sagt, okay, da läuft gerade die ganze Zeit. Also ich muss erst mal gerade so sagen, ganz hart, Discord fickt dich. Ja, gut. Um die Monetarisierung einfach mal wieder rauszudämen, die wahrscheinlich nicht mehr vorhin ist. Ja. Ähm, ähm, genau, jetzt weiß ich vorher, woher ich stehen geblieben bin, ähm, in dem Fall ist es halt nur die Humor-Stasis, die halt, ähm, das Gleichgewicht wahren möchte. Wahren will. Das Einzige, was, was halt dem so ein bisschen im Weg steht, sind halt die Digi-Ritter selber, die halt, das nicht möchten. Um es mal ganz simpel zu formulieren. Genau, zum einen die Digi-Ritter selbst und wie es auch erwähnt wird, äh, Libra. Um mal wieder einen neuen Namen in die Runde hier zu schmeißen. Und das darfst du jetzt sehr schön erklären, wer oder was Libra ist. Im Grunde ist Libra keine andere Person außer Mechamon selbst. Die von der, äh, also die, so gesehen, den Namen Libra eigentlich erst von der Homostase so bekommen hat, um sie einkategorieren, kategorisieren zu können. Meine Fress, was ist denn heute los, Alter? Deutsch ist heute echt schwer. Deutsche Sprache, schwer Sprache, weißt du. Ja. Um, ja, Mechamon halt als sinnbildlichen Feind, äh, darzustellen. Genau, denn Mechamon, äh, ist, das erfahren wir, glaube ich, alles im vierten Film. So die Hintergründe bei Mechamon. Ich glaube, bei so einer Szene am Lagerfeuer, so, so, weiß gar nicht mehr genau. Ähm, Mechamon ist eigentlich, genauso wie Yui aus Sword Art Online eigentlich nur ein Bug. Das ist ein Fehler im System, der aufgetreten ist, aber nicht mehr weggeht. Wenn ich das jetzt so richtig verallgemeinert habe. Ja, kann man, äh, alles so sehen, weshalb, äh, ich weiß nicht, ob es von selbst oder, äh, zum Versuch von der Homostase in die Radewelt geschickt wurde, um, halt, diesen Bug aus dem System erstmal zu entfernen, was sich ja später herausstellt, halt nicht geglückt ist. Mhm. Und so sind sich Mechamon ja dann schlussendlich begegnet. Ja. Ähm, das ist das Einzige, was mich halt wundert, beziehungsweise, ähm, was halt nicht so ganz erklärt wird, aber was man sich halt denken kann, ist halt die, ähm, der Fall mit, ja, okay, da gibt es jetzt infizierte Digimon, weil Mechamon ist der Erreger, Mechamon ist, ähm, Patient Null. Und, ähm, dass das Virus allerdings dann sechs, sieben, acht Jahre gebraucht hat, um halt so relevant zu werden, dass man davon, davon auch, äh, wieder mitbekommt, ist halt so ein bisschen mh, mh, aber, äh, in dem Fall kann ich vielleicht klein wenig Abhilfe schaffen, äh, denn es wird ja, äh, wie gesagt, dass Mechamon, ähm, da will ich die Stimme schon weg, kurz ein Augenblick, ähm, 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 wir haben es verstanden, ähm, denn es wird ja erzählt, dass Mechamon, äh, selbst eine spezielle Gabe hat, was, äh, zu dem Zeitpunkt, kann man sich zwar denken, aber es, äh, wird halt nicht so offensichtlich gesagt, aber diese Gabe ist eigentlich diese, ich nenne mal weiterhin Virus, und, äh, um diesen eigentlich erst zu aktivieren, das erfahren wir, äh, bemerken wir eigentlich so wirklich im vierten Film, wobei jetzt erstmal, bevor ich weiterquatsche, noch ein kurzes Stück wieder zurückholen muss. Ja. Denn, soweit wir ja wissen, äh, der Reboot sollte ja dafür geeignet sein, dass, äh, alles auf Null gesetzt wird, die Erinnerungen der Digimon gehen alle flöten, doch von drei Digimon war dies nicht der Fall. Na, Dominik, kannst du uns diese drei denn auch nennen? Äh, Alphamon, Jessmon und, äh, Mechamon. Richtig. Wobei, wobei man ja natürlich jetzt streiten könnte, ob Mechamon jetzt als Digimon zählt, da sie eigentlich nur ein Bug ist, der in der Digi-Welt Gestalt angenommen hat. Aber, das sind eigentlich die drei Digimon. Es könnte natürlich auch sein, dass Alphamon und Jessmon außen vor gelassen werden, weil Jessmon für die Homöostasis arbeitet und Alphamon für Yggdrasil und Yggdrasil, ähm, quasi, Alphamon als, äh, als letzte Barrikade mitgeschützt hat beim Reboot. Das könnte alles der Fall sein, denn, äh, Issy erklärt ja auch noch, von wegen, normalerweise sollte alles zurückgesetzt sein, doch diese drei, äh, haben sämtliche Erinnerungen und, äh, ihre Gestalt behalten. Mhm. Wobei man sagen muss, wie, wie du schon meinst, der eine arbeitet für, äh, Yggdrasil, der andere für die Homöostase und das wird auch, wie du schon sagst, der Fall sein, weshalb diese beiden auch, äh, so geblieben sind, wie sie waren. Oder, wie man's, äh, Issy vermuten lässt, sie haben wahrscheinlich eine extremst schnelle Digitation durch, äh, durchgemacht, was aber für die meisten Zuschauer, die es, äh, bis dahin verstanden haben, schon klar außen vor geht und gesagt wird von mir, nee, da haben die anderen die Hebel in der Hand. Mhm. Aber der Fall ist auch der, wir wissen noch, dass Megimon, äh, digitiert ist, äh, was mich bis heute noch ankotzt, dass das Ding keinen Namen hat und völlig ausgerastet ist. Ja. Äh, im Übrigen, um mal kurz einzuwenden, ich habe irgendwann mal ein Digimon-Spiel auf dem Handy runtergeladen äh, und da taucht Megimon samt Megadigitation und so alles auf. Ich glaube, sie hat aber auch die ganze Zeit nur Megimon als Namen. Also, ist Megimon, Megimon und Megimon digitiert so Megimon? Ja, ich denke mal, der wird noch im Laufe der nächsten Jahre vielleicht ein bisschen was entscheiden. Während du, äh, während du, äh, weitererzählst, kann ich ja zur Sicherheit noch mal kurz nachgucken. Genau. Denn, wie gesagt, Megimon ist ja digitiert, äh, wurde dann mit in die Verzerrung gezogen und der Reboot wurde ausgelöst. So, Megimon und die anderen beiden haben ihre Einigung behalten und, äh, an sich ist Megimon auch wieder ruhiger geworden. Hat sich dann angefangen, vor, äh, nicht vorverzerrungen, sondern zu beschweren, warum, äh, Megu nicht, äh, mit in die Digi-Welt gekommen ist, ob sie keine Lust mehr auf ihren Partner hat und, äh, wurde dann mit der Zeit immer aggressiver, aber hat dennoch den Verstand behalten. Da kann man es sich so richtig beschreiben, diese, ähm, Fähigkeit, diese Besonderheit an Megimon, dieser Virus, ist wie ein Schalter. Nachdem ihr Partner von einem gewissen Pseudogenai, auf den wir auch gleich noch eingehen werden, maßlich niedergestreckt wurde, zumindest aus Megumons Sicht, ist dieser Schalter einfach mal umgelegt worden und das Böse in Megumon, sag ich mal so, ist freigelassen worden, weshalb dann auch die totale Zerstörung abging, kann man so sagen. Ja, das könnte man eigentlich alles so zusammenfassen. Ich habe mal ganz kurz nachgeguckt, ähm, die erste Digitation von Megumon, ähm, ist, äh, Megumon, äh, ne, Entschuldigung, äh, das war, äh, doch, ist, also, es gibt, es gibt eine Digitation, die heißt Megumon, also M-E-I-C-O-O-M-O-N, ähm, die halt, äh, 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 diese komische, leicht, leicht ausgerastete Version ist, die halt, äh, Leomon auf dem Gewissen hat. Und dann gibt es halt eine reguläre Digitation, die, äh, M-E-I-C-O-M-O-N-Heist, also, Schick mir mal bitte den Link in den Discord rein, das muss ich mir jetzt auch mal angucken. Das kann ich dir gerne machen, ähm, die halt quasi die, das müsste jetzt das Champion-Level, glaube ich, sein. Ähm, ne, Entschuldigung, das ist schon das Ultra-Level, ähm, ja, also, es, Megumon und Digitation, so, und das ist alles so ein bisschen sehr konfus, würde ich mal behaupten. Aber, Ja, sag mal so, ich sehe auch gerade, ähm, Megumon wird hier in zwei Kategorien, nämlich eigentlich, zum einen, Megumon normal, und dann als mutiert, das ist halt diese, ähm, was ich eben meinte, und dann hat es halt noch das Mega-Level, das ist dann, äh, Regulmon, oder, oder Raguelmon, wie man es auch immer aussprechen möchte, also, es wird Raguelmon geschrieben, für alle, die hier mitschreiben wollen, ähm, das wäre dann so das, ähm, höchste, was, äh, Megumon aus eigener Kraft erreichen kann, denn, es wird hier noch, äh, bei Digipedia, äh, äh, den Adigitation, ähm, angeführt, aber, äh, auf die kommen wir dann erst sehr viel später zurück, die immer noch total verstörend ist, im Übrigen, ja, und die gesamte Szene dazu ist mega creepy, aber, dazu, irgendwann, in, in, anderen Podcast, äh, äh, im Chapter 5, äh, ja, und so, ja, aber, kommen wir zurück, ähm, du hast ja eben, du hast ja eben, Pseudogenai angesprochen, genau, der, der, der Pseudogenai, der für den, den WTF-Moment verantwortlich ist, erzähl uns etwas mal über Pseudogenai, wer oder was ist Pseudogenai und wieso hat es so einen pseudonymischen Namen? Im Grunde, der Pseudogenai ist im Grunde ein, wie will man es ausdrücken, ein Replikat vom Originalgenai, denn, wie wir in, äh, Adventures 2 erfahren haben, hat Genai mehrere Persönlichkeiten, die, äh, einen eigenen Körper haben, was immer noch sehr verstörend ist, äh, die auch alle unterschiedlich heißen, bloß, diese schwarze Version von Genai wird halt immer noch als Genai betitelt oder wie in meinem Fall als Pseudogenai, denn, äh, ganz ehrlich, Genai ist gut, äh, gutmütig und nicht so ein Arschloch wie der, äh, was, äh, glaube ich, auch von ihm selbst im, äh, vierten Kapitel erzählt wird, äh, da müsste ich jetzt aber selber mal nochmal kurz nachgucken, wo habe ich jetzt schon mehr hier meine ganzen Sachen offen? Äh, 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 da. Das ist nämlich, wie du schon meinst, der völlige Abfuck. Ich habe auch mal kurz bei Digipedia nachgeguckt, wo unsere eigentlich, äh, für uns beide immer Andaufstelle für, äh, Infos rund um Digimon. Übrigens auch eine sehr, sehr schön aufgebaute Seite, auch mit sehr vielen, äh, Infos drüber. Und hier steht, ähm, halt zu Adventure 3, äh, dass, äh, diese Version von, also das Genai in Reunion von Yggdrasir gefangen genommen, äh, wird und eine, äh, dunkle, äh, dunkle Version, der sich selbst auch Genai nennt, äh, arbeitet in seinem Namen mit Yggdrasir zusammen. Und das, das alles basiert auf Reunion? Ähm, ja, kam, äh, im Grunde, äh, passt halt auch alle zusammen, denn die Vermutung liegt ja auch, äh, dabei, den Kontakt zu Genai, den Himikawa und, äh, der Lehrer hatten, ist ja auch verstummt. Was sich dann dementsprechend wahrscheinlich darauf schließen lässt, dass, äh, Genai von Yggdrasir gefangen genommen wurde, wie du schon sagtest. Ja. Also, wie gesagt, das, das steht jetzt hier, ähm, bei Digipedia, den Eintrag zu Our Future versuche ich, äh, die ganze Zeit nicht zu lesen, deswegen werde ich diesen Tab jetzt einfach mal schließen, damit ich nicht, äh, gespoilert werde, auf den morgigen Tag. Und, ähm, ja, Pseudogonai, äh, weiter im Text. Ja, wie man, äh, wie ich schon gesagt habe, ist er im Grunde eigentlich nur eine korrumpierte Version vom Original-Genei. Der die Absicht hat, äh, den Willen Yggdrasir durchzusetzen. Was im Klartext heißt, äh, er will die Menschheit weghaben, dass die Ligewelt allein existiert. Wie wir es so von manch anderem bösen, äh, Gegner der Digi-Ritte eigentlich kennen. Ja, also, das Motiv ist halt altbekannt, aber ich sag mal so, Yggdrasir hat ja, ähm, wir sind, wir sind ja mit Yggdrasir ja schon ein bisschen mehr vertraut, und zwar aus, ähm, Digimon, äh, äh, Safers, beziehungsweise wir sind im Deutschen Digimon Data Squad, und dort hatte ja, hatten ja auch, ähm, Markus Damon und der Rest der DATS natürlich mit Yggdrasir zu tun, der ja ebenfalls die reale Welt auslöschen wollte. Zwar aus leicht anderen, anderen Gründen, weil Storyline von Data Squad, aber, ähm, man hat halt schon da, damals gemerkt, okay, dieser, dieser Gott der Digi-Welt, Yggdrasir ist eigentlich nichts anderes als ein riesiges Arschloch. Um es mal sehr parteiisch auszudrücken. Ja. Und, ähm, von daher denkt man so, okay, hm, ja, das kennen wir schon von Yggdrasir selber, von daher ist das nichts Neues, aber jetzt auch nichts Negatives, weil, okay, das ist halt die altbekannte Motivation, aber sie passt halt zu Yggdrasir, weil Yggdrasir ein Arschloch ist. Ein weibliches Arschloch, bitteschön. Ein, ein nicht, nicht näher definierbares Arschloch, deswegen haben wir auch das dritte Geschlecht eingeführt. Ähm, genau, das alles schließt sich nur auf den Digimon-Film zurück, äh, weshalb das dritte Geschlecht eingefügt wurde. Genau, es liegt alles nur an Yggdrasir. Es liegt alles nur an Yggdrasir. Ne, aber, äh, es passt, es passt aber zu Yggdrasir, dass zu sagen, okay, äh, ich, ich nehme jetzt diese, diese, ähm, diese, dieser alter Ego von, 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 von Gennay und mache ihn zu meinem, zu meiner rechten Hand quasi. Mhm. Oder Handlanger, wie man es auch immer nennen möchte, der halt alles dran setzt, um halt Meikomon zu, ja, ähm, an sich, äh, die, die, diesen Erreger, der Meikomon quasi ist, komplett ausbrechen zu lassen. Genau, was er ja auch im Grunde, ähm, am Ende auch schafft, indem er, Meikon einfach bloß, äh, bewusstlos wirkt. Was aus Meikos Augen, äh, Meikomons Augen aber wiederum aussieht, als ob ihr Partner gerade, hopst gegangen, ja. Was auch so inszeniert ist, muss man natürlich auch sagen. Genau. Ähm, da passiert natürlich dann, äh, das Gleiche, was halt auch in, am Ende von Chapter, ähm, zwei passiert ist, halt Meikomon mutiert. Also es ist ja keine richtige Digitation, was sie da, äh, was sie da vollzieht, sondern erst eine Mutation, die dann zu einer Digitation rüber geht. Genau. Weil, soweit ich jetzt gerade bei Digipedia gesehen habe, hat nämlich Meikomon kein Schemm. Doch, Meik, die eigentliche Form von Meikomon ist genauso wie Gartomon, halt ein Schemmchenlevel. Entschuldigung. Was, eben ich immer noch total, total blöd finde. Ja, stimmt. Läuft. Ja, ich hab ne, äh, stimmt, weil Meikomon hat nämlich eine namenlose Rookie-Digitation, die exakt genauso aussieht wie, wie, wie Salamon. Ja, wie Salamon. Das ist halt. Wobei, das natürlich auch so ein bisschen, äh, das Konzept hinter, äh, Meikomon als Digimon und dessen Digitation, halt, äh, dass, dass Kari und Gartomon halt da Verbindungen sind. Das merken wir auch spätestens natürlich dann auch in, äh, Chapter, ähm, Five, äh, Symbiose, wie es auf Deutsch sehr schön heißt. Mhm. Was, äh, sehr treffend formuliert ist. Aber dazu gehen wir dann, äh, im morgigen Podcast nochmal kurz ein. Aber, jetzt mal zurück zur eigentlichen Story, die eigentlich nicht so, sondern nicht viel ist. Ähm, Pseudogenei macht, macht böse Dinge, weil er ist böse. Ähm, und holt mal eben so Maschinen-Drammon aus dem Boden raus und zieht halt so quasi so, ja, komm, Maschinen-Drammon, äh, komm, es gibt Arbeit für dich, so nach dem Motto. Und, äh, setzt die Diggeritter, sehr stark unter Druck. Nachdem die gerade erst, äh, wieder sich versucht haben, mit ihren alten, neuen Partnern zu verbünden, dass, äh, dass man wieder ein, ein Draht zueinander aufbaut, weil, äh, Tai und Co., die wissen ja natürlich, wer, wer ihre Partner sind. Aber die Digimon wissen ja nicht. Was allerdings da sehr geil ist, ist nämlich der ganze Handlungsstrang rund um Sora. Die ja im letzten Film ja schon eine gewisse Rolle eingenommen hat, zwar nur als, als, ähm, als leichte Nebenfigur, aber, äh, da wurde ja gesagt, so, hey, Sora hat auch ihre eigenen Probleme. Und diese werden halt in Chapter, äh, vor sehr schön aufgearbeitet, vor allen Dingen im Zusammenspiel mit Jokumon, die, ähm, sehr glaubhaft, die ganze Zeit sagt so sehr, sie kennt Sora nicht, was, was, was will, will diese Tusse von, von ihr? Und natürlich haut Jokumon dementsprechend gerne mal ab. Ähm, dieser ganze Handlungsstrang, der sich darum beschäftigt, also quasi der gesamte Film, der gesamte Film handelt eigentlich nur davon, wie Sora und Jokumon zueinander finden. Mehr ist das nicht. Mehr ist dieser Film gar nicht. Mehr. Der Rest ist einfach nur, ja, wir wandern durch die Digi-Welt, versuchen irgendwie zueinander zu finden, äh, weil Maschinen-Traum aufgetaucht ist und irgendwann finden wir zueinander und dann Endkampf. So, ähm, das ist genau, das ist halt dieses Problem, was halt auch die anderen Filme haben, das, was dazwischen ist, ist eigentlich nichts. Die haben rein handlungstechnisch keinerlei Existenz. Vor allen Dingen der vierte Film und beim vierten Film geht mir das so mega auf den Sack. Aber, äh, bevor ich weiter die ganze Zeit nur umrede und dann also statt jemand einkaufen geht, äh, Chris, sag doch auch mal was dazu. Ähm, ja, also, du in dem, äh, Punkt regst dich über den Film auf. Ich find's wieder mega geil. Auch wenn's mich so ein bisschen ankotzt, dass diesmal bloß ein Digi-Ritter so mehr in den Fokus gerückt wird. Wobei ich aber auch sagen muss, sie müssen sich auch irgendwie auf die Filme aufteilen. Und dennoch muss ich sagen, es taucht ja nicht nur ein uns als bekannter Feind auf, sondern ein weiterer. Und das ist, äh, Metall ist Ziel, Ramon. Ja, aber der kommt ja erst gegen Ende, wird zum Endkampf, wo wir ja nochmal gesondert drauf eingehen werden, wie auch in den letzten Filmen, ähm, beziehungsweise in den letzten Podcasts, weil, äh, der gesamte Kampf da, der, der, der verdient schon so seine eigene, äh, kleine, äh, Behandlung. Aber, äh, ja, was, was mich halt an diesen, an dieser Herangehensweise der Filme halt aufregt, vor allen Dingen in Teil 4 und insbesondere bei Teil 5, aber dazu, dazu dann halt im, im Morgen Podcast. Da passiert halt nix. Ja, die, die gesamte Storyline rund um, äh, äh, Sora, äh, und Joko Mon, wie halt die beiden versuchen, miteinander, ja, eigentlich klar zu kommen, obwohl es eigentlich nur Sora ist, die halt, versuchen muss halt, sich etwas mehr, ich sag mal so, zu zügeln, weil Joko Mon halt nicht, die, die Erinnerungen sind halt nicht da, und, ähm, man da, dort an diese Schoße sehr viel langsamer rangehen muss, als so, hä, oh Joko Mon, und jetzt bist du wieder da, und so, äh, das funktioniert halt so nicht, das ist natürlich klar, dass Joko Mon die ganze Zeit abhauen möchte, dementsprechend, ähm, ja, das ist eigentlich ziemlich geil, aber, abgesehen von diesen Sequenzen ist, hat dieser Film keinerlei Handlungen, keinerlei vernünftige Erzählungen, das einzig Interessante ist ein kleines Gespräch, von Hackmon, mit Dude, und dem Vater, und Vater von, von, von Meiko, so, das einzig Interessante da, zwischen, zwischen Anfang und Endkampf, ist tatsächlich, das ist ein Gespräch, das übrigens nochmal den Namen Apokalimon nochmal wieder aufgreift, Apokalimon, äh, mit einer der lustigsten Endgegner aller Zeiten, weil es eigentlich nur ein, äh, Kartakalo auf E-Modus ist, also Kartakalo weiß die deutsche Synchronstimme von Kartakalo hat, und Emo weiß halt ein E-Must, er heult die ganze Zeit rum, oh, wir konnten nicht digitieren, oh, das ist alles so blöd und böse, und ja, und mal tritt sich dann einfach mal, knallhart selbst, mit seinen, äh, mindestens ein Meter langen Krallen? Ja, das, ja, man könnte auch sagen French Nails, also, äh, in der Nase bohren würde ich mit dem Ding an jedenfalls nicht, nee, also, also, ich sag mal so, wenn, wenn es sich irgendwo am, äh, äh, am Cortex oder so kratzt, dann kannst du natürlich das versuchen, aber, ähm, oh mein Alter, naja, ähm, dieser Name wird nochmal kurz gedroppt, aus einem einfachen Grund, denn dieser schwarze Pixel, der, ähm, mit in dieses Ei reingekommen ist, woraus dann Mekomon entstanden ist, dieser schwarze Pixel ist eigentlich, äh, äh, so ziemlich, das, äh, über, ja, der Überrest von Apokalimon, der dann für diesen, für dieses Virus verantwortlich ist, was ich sehr schön finde, so ein, so ein, so ein, auch wenn es halt nur, okay, das ist halt nur eine Erklärung, taucht diese Figur nochmal auf, aber sie taucht wenigstens nochmal auf, weil sie hat in, Adventures hatte sie keinerlei Relevanz, das war einfach nur, jo, wir brauchen noch zwei Folgen, äh, um die irgendwie noch auf, äh, 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 um auf 51 Folgen zu kommen oder so, weil Apokalimon, abgesehen davon, dass Gennheim mal kurz gesagt, oh, da gab es noch ein großes, böses Wesen damals, ähm, was so an Haaren herbeigezogen ist, nachdem Pirtbon umgelegt wurde, ähm, fand ich schön, dass man Apokalimon jetzt endlich eine Funktion gegeben hat, jetzt muss ich aber mal kurz Einwände, äh, schieben, denn erkläre doch mal, wie es sein kann, dass es die Überreste von Apokalimon sein sollen, weil, äh, diese Darstellung dieses Eis soll ja, äh, den Beginn allem, sag ich mal, Lebensdarstellen, woraus die Digi-Welt halt entstanden ist, äh, vor Drehungen Jahren, so wie sie es auch teilweise überhaupt noch so, wie kann da das denn, können das dann die Überreste von Apokalimon sein? Ja, dieser, dieser einzelne, diese einzelne Pixel, ist halt, Apokalimon löst sich ja am Ende einfach auf. Ja. So wie jeder Anime-Bösewicht jemals. Siebou. Er löst sich ja einfach auf, und dieser, und dieser, ich sag mal so, so dieser, dieser letzten Funken an Energie oder halt die Überreste, die halt irgendwie noch aus dieser, aus dieser Auslöschung halt überlebt haben, ähm, wurden dann in dieses Ei zurück, äh, transferiert, soweit ich das jetzt zusammenkriege. kriege. Das ist alles sehr, sehr konfus erzählt, weil sie sagten, Apokalimon ist dafür verantwortlich, dass Make-O-Mon eigentlich ein Bug ist. So. Wie das jetzt hundertprozentig sein kann, dass Apokalimon dann trotzdem auftaucht in Adventures 1, circa 15, 20 Jahre nach den Geschehnissen in einem Spieler von also, wo die Souverän 4 entstanden sind. Also mehrere Äonen später, nach der Geburt der Niewelt und der trotzdem dann irgendwie, ich verstehe es auch nicht, aber so erzählen sie es halt. Ja, das ist nämlich genau das, auf was ich die ganze Zeit gerade anspielen will. Es ist einfach nur konfus. Wenn man dem glaubt, was du jetzt gerade gesagt hast, wo du das heißen, Apokalimon hat zweimal existiert. Einmal vorher, also irgendwie muss er ja auch vorher entstanden sein. Er hat ja selbst gesagt, dass er aus mehrere Dimon, die überhaupt nicht die Chance hatten zu digitieren, geschweige denn eigentlich richtig zu leben, in diese Zone verbannt wurden und am Ende Apokalimon entstanden ist. Ja, was natürlich vielleicht auch sein kann, so als kleine Vermutung, dass es tatsächlich vor den Ereignissen, also vor diesen, bevor die Souverän 4 entstanden sind, mehrere Reboots schon gab. Kann natürlich alles sein. Also, dass halt mehrere Versionen von Necomon oder Libra halt entstanden sind und dass die Humeistasis immer diese in die, in diese, in diese Finsternis verbannt hat. Und so halt, weil sie sich halt irgendwie am Leben bleiben, haben sie sich dann irgendwie verbunden, um es mal in RTL2-Sprache zu sagen. Ja, also, man merkt schon. Ob sie sich jetzt aufgegessen haben oder DNA digitiert sind, weiß kein Mensch. Oder andere nicht jugendfreie Sachen gemacht haben. Ne, Inzest. Ja. Kein Ja, also, ja. Kein meint das Kommentar. Aber gut, man merkt schon, dieses ganze Thema rund um den Beginn eigentlich und der Sache, wie Apokalemon das Ganze einspielt und Make-A-One eigentlich wirklich entstanden ist, denn ein Virus taucht ja nicht von A auf B einfach auf. Er wird aus unserer Sicht programmiert. Ja, also zumindestens aus der Digi-Welt hier in der realen Welt ist es ja nicht oder generell in der Realität ist ja so, dass Viren eigentlich nur aus Mutationen entstehen. So kann man sich da vielleicht auch irgendwie erklären, wie dann Apokalemon entstanden ist, aber wie Apokalemon jetzt in das Ei reinkommt, das halt für die Digi-Welt aus dem Digi-Welt ausgekackt wurde beziehungsweise entstanden ist, I don't know. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß nur, dass Apokalemon halt dafür verantwortlich ist, dass Vekomon ein Virus hat oder der Virus ist und ja, das wird dann in Chapter 6, ich soll schon sagen, in Chapter 5 noch ganz kurz weiter erläutert, weil diese eigentliche Erzählung hört mittendrin auf und dann geht's weiter mit dem Film beziehungsweise mit dem Nichts, was dieser Film füllt. Also nichts. Aber ja, das ist alles so sehr naja, zurecht gestutzt. Aber ja, reden wir noch mal ganz kurz über den Rest des Films, also das, was den Film abseits von der Story mit Suche und Jokumon füllt, nämlich gar nichts. Die laufen einfach die ganze Zeit durch die Gegend, haben belanglose Dialoge, die nicht mal schön geschrieben sind, so wie die eigentlichen Dialoge bis dato. So als hätten die Dialogautoren auf einmal einen Schlaganfall erlitten und einfach irgendwas hingekackt und sagen, yo, ich muss jetzt kurz zum Arzt, schönen Tag noch. Kann man so sehen, muss man nicht, denn ich wiederum fand gerade die Szene, als sie nun alle wieder beisammen waren in diesem Wald, wo Zora die ganze Zeit diese Gewissens, ja, Gewissen geplagt hat wegen Biomond, ob es denn wirklich überhaupt noch notwendig ist, ihr Partner zu sein und alles, weil sie ja sowieso vergessen hat, wer ihr Partner ist, also Biomond in dem Fall. die ganze Aktion mit Matt und Ty fand ich persönlich echt witzig. Wie die beiden mitgekriegt haben von mir, Jut, Zora plagt irgendwas und so wie es mir zumindest rübergekommen ist, haben beide das zwar gedacht, aber wollten einzeln, also jeder für sich eigentlich mit ihr quatschen und haben sich dann plötzlich gleichzeitig neben sie gesetzt und dann realisiert so, scheiße, der ist ja auch da. Ja, ja, die Szene war geil. Das Problem ist, abseits von den Szenen, die sich halt mit Zora und Jokumond beschäftigen, hat dieser Film einfach keinerlei Inhalt. Der ist inhaltslos, das ist halt, du kannst, ohne Scheiß, du kannst den Anfang dir angucken, du kannst die gesamte Anfangsszene mit pseudogener angucken, also bis dahin ist alles noch in Ordnung und dann einfach sämtliche Szenen mit Biomon und Zora halt neben, diese halt rausschneiden aus den Filmen, zwischendurch die kurze Erklärung von Hackmon einblenden, dann wieder zurück zu den ganzen Szenen mit Zora schneiden und dann einfach den Endkampf hinten dran klatschen und der Film würde trotzdem funktionieren. Ja, du hast aber noch eine Szene vergessen und zwar dieser kleine Vergangenheits Ausschnitt von Makamon. Ja, gut, das ja, aber das kann natürlich, das kannst du natürlich auch noch mit reinpacken, aber der Film, also abseits von diesen wichtigen Ereignissen und Erklärungen, die halt gemacht werden, wo der einzige Grund, warum Hackmon überhaupt existiert, er ist eigentlich nur ein Plot-Device beziehungsweise einfach nur da, um Sachen zu erklären, ich weiß nicht, wie heißt nochmal der Fachterminus dafür, egal, also Hackmon erklärt eigentlich nur die ganze Zeit, was Sache ist, so. Lückenfüller. Ne, nicht Lückenfüller, da gibt es einen speziellen Fachausdruck für, also er, es gibt halt Charaktere, die halt nur dazu da sind, um die Story zu erklären und das ist Hackmon in dem Fall. Eine andere Funktion hat Hackmon in diesem Film als solche nicht, Jazzmon allerdings ist halt, ja, ist natürlich die Digitation von Hackmon, aber Jazzmon sagt nichts, es handelt die ganze Zeit nur und dementsprechend behandle ich die beiden als einzelne Charaktere. Leute, das ist ein Unterschied, ob Agumon jetzt zu Geymon digitiert oder Hackmon zu Jazzmon, weil Jazzmon halt keinerlei Funktion außer Kampf hat in den Filmen, soweit ich bis jetzt gesehen habe, also fünf Filme von sechs, kann sich natürlich alles noch im sechsten Film ändern, sodass halt Jazzmon auch mal eine andere Funktion außer Kampf bekommt, aber ja, dieser Film ist halt meiner Meinung nach so ziemlich der schwächste von allen war ja keinerlei Handlungen. Das gleiche Problem wird auch die Fortsetzung haben, also Chapter Five, dort ist das nämlich ähnlich, dort werde ich dann auch nochmal drüber reden, über die Inhaltslosigkeit, aber so viel sei jetzt erstmal gesagt, dass wir jetzt mal zum Endkampf kommen, oder möchtest du zur Inhaltslosigkeit dieses Films noch ein paar Worte beisteuern? Sagen wir es so, das, was ich beisteuern will, hat eher noch, also geht schon zum Endkampf hin, denn es hat nicht nur einen Pseudogenai Intus, es hat auch einen fucking creepy Pseudogenai Intus. Und um das zu erklären, benötigt es eigentlich nur eine Szene, in der die Digi-Ritter wieder mal vor Maschinen wegrennen, kurzes Beben, alle liegen auf dem Boden, Pseudogenai labert irgendwas, von wegen Digi-Eier, dass Digimon doch mächtiger werden als der Mensch, was in dem Fall, wenn man es so sieht, eigentlich auch wahr ist, ich meine, wenn du so einen Feuerball von Armour abkriegst, dann wird warm, ne? Wird sehr warm. Und was ich so geil an dieser ganzen Szene finde, ist einfach, er erwähnt den Namen Mekomon, TK will sich gerade wieder aufrappeln, sagt so, wie, Mekomon, und Bob steht er urplötzlich nicht mal zwei Meter vor ihm, mit einer richtig creepy face und ballert ihn nochmal in Szene. Wo ich mir so denke, Alter, leck mich am Arsch, ich hätte mir ja glaube ich erstmal fett an der Hose gemacht. Ey, der kann es halt, ne? Ey, dieses Gesicht ist einfach so storm. Ja, diese Szene ist zum einen lustig und zum anderen auch mega creepy, weil es ist halt trotzdem Genai, auch wenn es halt eine andere Version von Genai ist, aber es ist halt Genai. Naja, einfach weil er diesen Psychoblick drauf hat. So richtig so Ja, ich finde es allerdings auch ein bisschen schade, dass er Pseudogen keinen tieferen Charakter hat. Also, der hat keinen, der ist halt nur, er ist halt so so ein, er ist halt Prinz Pilaf. So ungefähr. Nur halt ohne witzig, ohne klein, ohne Comedy, sondern einfach nur, also, als Charakter, so. Er ist halt, er hat halt keinerlei andere Charakterzüge außer den, den man die ganze Zeit sieht, nämlich Böse. Was ich auch noch dazu sagen muss, im Grunde ist das Ganze eigentlich nur Wiederverwertung. Man braucht einen neuen Bösewicht, will sich keinen neuen ausdenken, da man sich ja schon zwei neue Allgemeincharaktere ausgedacht hat und so eine kleine Story, sag ich mal so, ganz vage gesagt, um diese herum gesponnen hat und dennoch diese imaginären Charaktere wie die Homöostase und gut, imaginär wäre ich quasi nicht, aber halt für den Film ist er imaginär, denn die beiden werden ja nur mit Namen erwähnt. Zwischendurch haben sie, also zumindest die Homöostase hat zwar einen Auftritt, aber kein eigenes Aussehen. Es ist einfach nur, sagen wir es so, ein Geist, der dann am Anfang des Films, wie man ja sieht, in Himikawa einfährt, da, wenn man so einen Zauberspruch sagt, was sehr merkwürdig ist, äh, und die Souveränheit dann entstehen und, äh, der Fünfte geopfert wird und später dann noch, äh, ne, obwohl nicht später, sondern im Film zuvor halt Volkari-Besitzer greift. Und ja, was haben wir eigentlich so an sich Neues in dem Film? Äh, ja, gemeint in den Filmen. Abgesehen von der Homööstasis und Make-Humon haben wir eigentlich gar nichts Neues, außer halt die, äh, Megadigitationen der einzelnen anderen, äh, Digimon. Und das war's eigentlich. Gut, Alphamon taucht auf, Jazzmon taucht Sagen wir es so, ähm, ich muss in dem Punkt muss ich sagen, ja, so für normale Digimon-Verhältnisse wäre das neu. Also zumindest, Jazzmon, Alphamon und ich geh jetzt auch einfach nur davon aus, dass man halt die, äh, die Serien geguckt hat. So. Aber mein, äh, mein Aspekt an der Sache ist, was haben sich die Macher wirklich komplett Neues ausgedacht? Hm. Melko und Make-Humon und die Homööstasis. Äh, ich sehe übrigens gerade, ähm, bei Digipedia, ich habe nämlich, wenn du gerade kurz geredet hast, mal kurz Homööstasis eingegeben, bei Digipedia. Äh, Adventure scheint sie offenbar auch schon eine tiefgreifende Rolle gespielt zu haben. Zumindest gibt es auch ein Bild von Adventure und auch einen, äh, kleinen Reiter. Äh, Auftritte Anime Digimon Adventure, ähm, scheint offenbar auch schon dort gesehen, äh, da gewesen zu sein. Ich bin jetzt so froh, den ganzen Text hier vorzulesen. Äh, dann schicken wir das Ganze mal, wieder mal, schnell. Ja, das kann ich gern machen. Äh, wenn ich daran denke, werde ich das auch mal in die Beschreibung packen. Also definiert, also wenn, wenn, wenn ich da denke. Ich versuche dich zu dran erinnern. Ja. Ähm, in, im Crossroads Manga taucht sie auch schon auf. Äh, zumindest kann ich jetzt schon mal sagen, jetzt weiß ich, welche Szene du meinst mit der Homööstasis. Äh, an die muss ich ganz ehrlich sagen, hab ich sogar gar nicht mehr gedacht gehabt, weil die liegt mir dann doch ziemlich weit in der Entfernung. Äh, ich, ich sag mal so, mit dem, mit dem, äh, Bild, das dazu ist, ich kann nicht, ich weiß gar nicht, wo zum Teufel das sein soll. Ähm, das ist kurz bevor sie auf dem Maschinenrahmand treffen. War ja nicht so kurz, aber bevor sie halt in diese Stadt kommen, äh, wird ein bisschen was erklärt, denn das ist der Punkt von der Homööstasis, äh, was ja auch im Film erklärt wird, äh, was Gartumann so gut beschrieben hat, Kari war schon immer anfällig für sowas. Äh, von der Homööstasis erfahren sie ja eigentlich erst, äh, über die Vergangenheit, äh, der Digi-Welt und, äh, über Genai, dass, äh, er mehrfach existiert, gut, im zweiten Film sieht man, äh, zweiten Staffel sieht man es sehr gut sogar. Aber halt, wie das alles passiert ist, wie die Meister der Dunkelheit eigentlich angegriffen haben und, äh, wie Gartumann eigentlich denn abhanden gekommen ist. Aber das, wie gesagt, dass das die Homööstasis war, da muss ich ganz ehrlich zugeben, was mir sehr peinlich ist als extremer Digi-Welt, aber das hatte ich nun gar nicht mehr auf dem Stuhl mehr gehabt. Ja, das ist, ähm, interessant, also, ich werde mir diesen Artikel vermutlich nach dem Podcast vermutlich irgendwann nochmal durchlesen, aber, ähm, dass man ganz kurz zu den Auftritten der Homöööstasis, die, ähm, bis jetzt auch nie wirklich in Erscheinung getreten ist, und sobald ich jetzt hier, äh, lese, letzter Auftritt Our Future erwähnt, wird sie auch nicht als Präsenz irgendwie auftauchen, sondern nur halt erwähnt. Finde ich jetzt alles ein bisschen sehr schade, äh, weil Yggdrasir hatte man ja bis tatsächlich zu Safers beziehungsweise Data Squad auch nie erwähnt in den Serien. Und soweit ich mich zu erinnern kann. Obwohl, wenn man überlegt, beides höher gelegene Wesen sind. Ja, das eine ist halt, ähm, die, das göttliche Wesen, das über allem steht, und das andere ist das göttliche Wesen, was über der Digi-Welt steht. Ähm, wo man wirklich sagen kann, es ist ein Wesen, denn Yggdrasir selbst ist ja nun mal kein Digimon. Es ist im Grunde eigentlich nur ein riesiger Bordcomputer, wenn man es bildlich nehmen will. Ja, ich, ich hab, äh, als ich mir das, äh, Delta Squad vor grauer Zeit mal wieder angeguckt hab, hab ich das tatsächlich, hab ich so, so, ähm, äh, Parallelen zu den Borg, äh, gemacht, also den Borg aus Star Trek, dieser, dieses Kollektiv aus, ähm, assimilierten Wesen, die halt dann quasi wie, wie ein, wie ein Schwarm funktionieren, und halt von der Königin, von der Borg-Königin gesteuert werden. So ungefähr hab ich so, so ein paar Parallelen dazu, äh, gezählt, weil die, ähm, ja, äh, Yggdrasir nämlich ebenso, genauso handelt wie die Borg, beziehungsweise sehr nachvollziehbar, ähm, denn sie denkt einfach nur logisch. Mhm. Wie halt ein Computer, und das ist eigentlich nichts anderes als ein Computer dort. Das ist eigentlich nur ein riesiger Server, der, der eine Art von Bewusstsein äh, entwickelt hat und hat, ein sehr ziemlich arschlochhaftiges Bewusstsein. Aber auch komplett nachvollziehbar, wie man zumindest in Data of Swords erfährt, weil, Ereignisse und so. Mhm. Also man kann verstehen, warum, warum Yggdrasir handelt, wie es handelt. Gut, ist das trotzdem nicht, aber egal. Äh, ja, und ich würde auch meinen, der Bereich ist dann vorläufig erstmal abgehakt. Endkampf, so. Äh, ihr bekommt eine neue Konzertion. Jetzt, jetzt mal ohne Scheiß. Diese, dieser Endkampf, der ist zwar episch inszeniert, dauert aber nur eine Minute. Wenn überhaupt. Ja, also, wer hat es da an Geld gemangelt, oder allgemein, dass sie gesagt haben, Jut, wir müssen den Kampf so kurz wie möglich halten. Was zumindest das gesamte, den gesamten Film erklärt, der halt keinerlei richtige Handlung hat, sondern einfach nur Szenen nach Szenen nach Szenen an einer Reihe, die hat nicht wirklich viel zu sagen haben. Und dann hat der Endkampf, fand ich, der Endkampf, so die Animationen dort sehen ein bisschen, also im direkten Vergleich, billig aus. Also, wenn ich, wenn ich jetzt in die, den Endkampf aus Teil 3 denke, der sieht um Welten besser aus. und das ist dasselbe Zeichensie, das ist dasselbe Studio, das kommt immer noch von Dory Animation. Also, entweder haben das die Praktikanten dort gemacht, oder es lag einfach nur in Geld. Ich sag ja eher Letzteres. Aber, ja, das ist halt so, das sieht halt nicht so gut aus wie sonst. Ich muss mal kurz noch mal was einwerfen, und zwar ist mir gerade noch ein Zitat vom Pseudogenai in den Sinn gekommen, was für mich wieder so ein paar Fragen aufwirft. Denn, sein Zitat war, Digimon, die in der Menschenwelt gestorben sind, können nicht als DigiEye zurückkehren. Soweit korrekt. Ja. Doch dafür wurde der Reboot geschaffen. So können auch Digimon, die in der Menschenwelt gestorben sind, ich betone noch mal, die in der Menschenwelt gestorben sind, wieder zurückkehren. Ja, aus meinem Grund, weil halt alles wieder auf Null gesetzt wird, und somit ja auch der Lauf der Natur halt von neu beginnen kann. Was allerdings nicht heißen muss, dass sie wiedergeboren werden, weil, ähm, es kann ja auch sein, dass halt Ereignisse anders, anders abverlaufen. Wo wir dann jetzt, äh, im Bereich von parallele Zeitlinien sind, aber das ist, das Argument nehme ich an dieser Stelle mal komplett außen vor, weil es halt alles komplett zurücksetzt. Äh, genau, denn, was für mich diese Frage, äh, diese Frage aufwirft, wenn alle, die in der Menschenwelt gestorben sind, wiedergeboren werden vielleicht, ähm, hätte zumindest Gatomon einen, äh, eine Person oder ein Dämon sofort in den Sinn kommen müssen nach dieser Aussage. Klar, es ist Gefahr, aber wenn man sowas hört und weiß, von wegen, mal hat in der Menschenwelt einen guten Freund verloren. Äh, du redest jetzt von Black War, Gatomon? Nein. Ich rede, äh, von Freunden in Bezug Gatomon. Welchen Freund hatte Gatomon? Ah, Wizardmon, ja. Genau. Wizardmon kann ja in der Welt irgendwo existieren. Das kann, kann ja durchaus möglich sein. Das, aber da die, da der Reboot ja gar nicht mal so lange her ist, zwar vielleicht, für die Digi-Welt selber vermutlich schon relativ weit, weil Zeitunterschiede und so. Ja, dadurch, dass, der Reboot auch getan wurde, ist die Zeitverschiebung in der Digi-Welt auch wieder hergestellt. Ja. Denn, wir wissen ja vom Ende von Teil 1, dass diese Zeitverschiebung, die eigentlich existieren sollte, durch den Kampf gegen Apokalimon ja völlig hinüber war, völlig zerfressen. Ja, warum auch immer, weil, also ich, ich raff das bis heute nicht warum, aber das ist auch eher so nebensächlich. Die Autoren brauchten halt irgendwie halt einen Grund, um die Freunde wieder nach Hause zu schicken und halt so ein Unhappy-End zu machen. Ja, also in dem Punkt muss ich sagen, Alter, da hätten sie uns mit zusetzen sollen, wir haben ein paar gute Ideen geliefert. Aber naja, das ist, äh, das ist was komplett anderes. Äh, ja, also, es kann existieren, aber ich sag mal so, wie lange ist das her, das, also von Reboot bis zu, wir gehen wieder in die Digi-Wett-Wahn, glaube ich, drei Wochen oder so? Drei, zwei Wochen? Ich glaube zwei. Ja, so, jetzt rechnen wir mal zurück, ähm, die Ereignisse von der ersten Staffel dauern in der realen Welt einen Tag. Und man überlege, wie lange sie unterwegs waren, also, man muss den Punkt bedenken, als sie das erste Mal wieder zurück in die reale Welt also der, waren es zwei Stunden. Ja, wobei, äh, nicht, äh, der erste Kontakt zumindest in die reale Welt wieder war ja eigentlich der, der mitgekriegt hat vor mir, gut, wir sind doch erst vor ein paar Minuten abgereist. War das ein paar Minuten? Ich meine, das wären ein paar Stunden gewesen, die sie nur, äh, kann auch sein, aber auf jeden Fall war es für Teil sehr unvorstellbar, dass diese lange Zeit, wenn wir überlegt, bis Miotis, ähm, nee, bis, äh, den Kampf gegen Ethemon, ja, wie viele Wochen, wahrscheinlich sogar Monate vergangen sind, seitdem sie sich da in der Digi-Welt aufgehalten haben. Also ich denke mal, so vier, drei bis vier Wochen waren sie ungefähr unterwegs. Na, du musst ja berechnen, äh, der ganze Kampf auf der Pfeilinsel, das hat ja auch Zeit in Anspruch genommen. Ja, das, das rechne ich ja auch schon alles mit. Ähm, also, der muss ja noch mit, äh, muss ja berechnen, nachdem sie auf dem Server-Continent angekommen sind, bis zum Kampf gegen, äh, dieses mutierte Ethemon. Äh, es war ja nicht mutiert, es war ja Ethemon, dass er nur in sein eigenes Netzwerk gefallen ist, beziehungsweise von Dathemon reingestufen wurde, aber, äh, es ist auf jeden Fall für die Kinder, es hat sehr viel Zeit vergangen, nur dort ist halt dann, jo, das war jetzt, äh, wollte es nicht gerade eben losgehen, so nach dem Motto. Ähm, das ist dann natürlich was komplett anderes, was natürlich dann auch noch, ähm, interessant wird halt, die, was, wo es nochmal in Adventure 1 abgegriffen wird, direkt in der Anschlussfolge, die sie hat damit beschäftigt, jo, ähm, wir haben uns nach und nach alle getrennt, mh, weil der Zeitunterschied da ist, aber worauf wir eigentlich zum Sprechen kommen wollen, so, ja, Wizardmon existiert vermutlich, aber nicht dort, wo die die Geritter gerade sind. Äh, das ist der Fall, ist, äh, ist irgendwie logisch, sonst würden wahrscheinlich, äh, was sowieso so dieser Punkt ist, der mich auch verwirrt, der Reboot ist gestartet, wie viele verschiedene Dinge sehen wir? Ähm. Seitdem die Kinder in die Digi-Welt gekehrt sind. Äh, die, die Partner-Digimon, dann sehen wir Metall-C-Dramon, wir sehen, äh, hier, ähm, Maschinen-Dramon, Maschinen-Dramon und nichts. Wir sehen dann noch, äh, zwei Baby-Digimon und Elecmon. Ja, ja, gut, Baby, ja, ich dachte ja, zu meiner Zeit wirklich so, eventuell wichtige Persönlichkeiten, aber... Nein, nein, allgemein, äh, an die Digi-Welt, wenn wir überlegen, der Reboot ist gestartet, es ist eine riesengroße Welt, in der eine völlig andere, äh, Lebens, äh, Form herrscht, in dem Fall die Digi-Mont. So, die Kinder kehren in die Digi-Welt zurück, wir rechnen den Zeitunterschied bis zum Finalkampf, das wird jetzt so maximal anderthalb Tage sein, wenn's hochkommt. Mhm. Und was, was, wie gesagt, eigentlich schon allein Issy hätte, dass sie keinem anderen Digimon begegnet sind. Wenn man sich an die Reisen von, äh, Adventures 1 erinnert, die laufen durch den Wald, Alter, kommen auch 50.000 Digimon ihnen halt entgegen, das war jetzt mal übertrieben. Mhm. Und jetzt laufen sie durch den Wald und, äh, es kommt ihnen nichts und niemand entgegen. Klar, für die Digimon ist es, äh, Fremdkörper, äh, in unserer Welt, äh, wer sind denn diese komischen Menschen, von denen wir wahrscheinlich, äh, war ja so viel Zeit, diese zwei, drei Wochen, die ja in der Menschenwelt vergangen sind, so viel Zeit, äh, die wir, von denen wir vielleicht gehört haben, was ja auch die Frage aufwirft, woher haben die Digimon bestimmt von den Menschen erfahren? Äh, Ökrasil, Homööchasis, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm. Es sind halt auch wieder so offene Fragen, aber wie gesagt, warum begegnen ihnen bis auf halt jetzt Elecmon und die beiden, äh, Baby-Digimon und später halt die Gegner, warum begegnen den Digimon eigentlich keine anderen Digimon? Äh, Geld. Eindeutig. Das wird's, äh, kann eigentlich nur der Fall sein. Aber rein logisch betrachtet wieder, also jetzt, wenn man Logik nehmen kann, hätte ihnen eigentlich definitiv mindestens das ein oder andere, äh, wie seht ihr, Woodmon oder, was weiß der, Führer, irgendein anderes Digimon hätte ihnen begegnen müssen. Keine Ahnung, Führermon. Denn jetzt gehen wir mal weiter auf den Endkampf ein. Äh, ist dir das Schiff bekannt vorgekommen? Äh, das Schiff, das Schiff ist mir tatsächlich bekannt vorgekommen. Ich meine, das wäre das Schiff gewesen, das halt, äh, wie, ähm, äh, warte, ich komm gleich von, halt dieser, dieser, dieser Kranich da. Dieses Kranich Digimon, ach, wie heißt es denn mal, äh, äh, fuck. auch schon gekommen, ich weiß aber, du nicht weiter. Es ist ein Wesen aus, äh, der Mythologie. Ja, K, 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 Sag mal so, äh, jetzt muss ich kurz sagen, auf was reiten Yugi, äh, und Joey, in dieser komischen Cyberwelt, durch die Wüste, falls dich daran erinnerst. Äh, Pferde? Ich löse es jetzt einfach mal auf. Das Digimon heißt Kukatorimon. Kukatorimon, ja, ich hab die ganz, ich habe die Synchron-Schnehm, ich hab auch jetzt, Korra, 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 was jetzt immer die ganze Zeit rumbrüllt. Ich kam halt nur nicht auf die, auf den, auf die Endung davon, so, Kukatorimon, äh, äh, ja, muss ich auch sagen, also für mich kam dieses Schiff auch sehr stark, äh, an das von Kukatorimon ran. Äh, es hält aber auch wiederum das, Schiff aus dem Jokumondorf sein könnte. Was dann später da, pff, Untergang ist, oder halt allgemein Untergang ist, weil, ein, Moment, Moment, eigentlich, nee, das könnte tatsächlich das Dorf der Jokum, oder dort, wo eigentlich das Dorf der Jokumond sein sollte, sein, aus dem einfachen Grund, in der Nähe, da ist doch direkt daneben Berg, ne? Ja, Berg. So, im Dorf der Jokumond war direkt daneben auch ein Berg, beziehungsweise ein Vulkan, wie er sich dann, äh, ausgestellt hat. Wo ja mehrer waren. Daneben ist jetzt dem Rabegriff. Denn zwischen dem Berg und, äh, dem Jokumondorf war noch die riesengroße Wüste. Ja, jetzt, jetzt, äh, lass mich, lass mich drauf kommen, wie ich jetzt gerade auf den Zusammenhang komme. Ähm, wir sollten Theoriekanal aufmachen. Wir nennen uns Digimon-Theoretiker. Wir bekommen sehr viel auf. Ich dachte, Digimon-Miffbusters. Digibusters. Ähm, ja. Dieses, äh, dieses Schiff, das ist ja so halb gesunken, und auch im Dorf der Jokumond ist das Schiff ja so, das liegt ja mehr oder weniger im Sand, halb vergraben. Dieser See, wo dieses Schiff da noch da ist, daraus wurde später das Dorf der Jokumond. Weil der See dann irgendwann ausgetrocknet ist. Kannst du dir denn auch erklären, warum, äh, sie sich in einer Eisregion befinden? Weil das wenig Geld in der, äh, in der Animation kostet. Gut, wir schieben uns mal wieder auf die Animation, äh, und die Produktion. Darauf hab ich jetzt grad keine Ahnung. Können, also ich sag, ich, wenn ich mich richtig ändere, müsste, nee, ich hab keine Ahnung. Sag mal so, ich hab auch keine wirkliche Ahnung. Es ist auf jeden Fall entweder das Schiff aus dem Jokumondorf oder das Schiff von, äh, von Kukatorimon. Ja. Es ist auf jeden Fall ein uns bekanntes Schiff, äh, wahrscheinlich auch wieder so dieser Fall. Weil wir brauchen irgendwas, was, äh, bekannt ist. Was nehmen wir da? Ein Schiff. Ein Schiff. Ein Schiff. Ein Schiff. Schiff? Okay, Schiff nehmen wir. Ja, Chef, wir haben aber zwei zur Auswahl. Scheiß drauf, nehmt irgendeins. Ja, okay, gut, danke. So wird's wahrscheinlich der Fall gewesen, ne? Möglich, aber es ist halt alles so. Mö, ja, gut. Aber wir wollten ja eigentlich noch über den, über den Endkampf an sich reden. So, also ganz nebenbei. Hoffen wir mal, das soll diesmal weiterkommen. Genau, ähm. Ah, obwohl, mir fällt auch noch ein, ne, Quatsch. Mega steht in dem Fall auch für Mega-Überlänge. Genau. Äh, wo wir grad schon bei Mega sind. Ha, Mega-Digitation, Master of Überleitung. Jetzt so etwas war, ich, ich bin ja sowieso jemand, der die ganze Zeit über alles und jeden rummeckert. So, auch über den Endkampf, in Anführungsstrichen. Und zwar, dass dieser Endkampf, der dauert eine Minute. Ähm, also der Endkampf gegen Maschinen Dramon, der Endkampf gegen, beziehungsweise der Kampf gegen Metaisi Dramon, der ja parallel stattfindet, der dauert auch nicht viel länger. Also, sagen wir mal zwei Minuten. Okay, also, komm, wir sind großzügig, sagen drei. Drei Minuten von, ja, von einem 98, oder 89 Minuten Film. Auf jeden Fall so knapp, knapp anderthalb Stunden dauert der Film. Alter, fängt dich das Gott jetzt, ist doch mal gut. Und, das Ganze dauert halt, ich verstehe dich übrigens wunderbar, von daher, macht dir keine Sorgen. Ähm, das ist halt viel zu wenig. So, der Kampf davor, der halt, wo man dann anfängt halt, den, den Digimon halt, ähm, äh, aufzubauen, so, okay, jetzt gleich kommt die neue Digitation. Das ist auch nicht viel, viel besser. Also, das, der gesamte Endkampf ist irgendwie so, ja, ist halt ein Kampf gegen Metaisi Dramon. Und davor ist es halt, ja, ein Kampf gegen Metaisi Dramon. Es wirkt alles so, sehr belanglos, natürlich bekannt, weil wir die Charaktere schon kennen. Mhm, mhm, mhm. Und dann kommt nämlich das, weshalb ich in der, im Kino genervt diesen gemacht habe. Echt jetzt? Äh, mein, 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 die Dame, die neben mir saß, fand, äh, diese Bemerkung dann eher, sehr, ähm, belöden. ja, sie hat, äh, sie hat mir einen, einen sehr bösen Blick zugeworfen. Ich so. Das war's. Sorry. So. Äh, weil, zwischen, hey, wir kämpfen gegen Maschinen Dramon, und hey, wir besiegen Maschinen Dramon. Ungelogen, fünf Minuten. Fünf Minuten lange Digitation. Digitation zu Angemon, Digitation zu Markenangemon, Digitation zu Seraphimon. Siehste, ist zum Beispiel auch der Punkt, äh, da, äh, weil TK im, äh, Film zuvor, die kleine Nehmung hat, so, die so ein bisschen raussticht, weil, Infektion, Pipapo, Partner, haben sie wahrscheinlich deswegen im darauffolgenden Film, was, äh, mich auch sehr, ein bisschen gestört hat, denn, äh, jede neue Mega-Diktation wurde ja mit aufs Cover gedruckt, was dann meistens immer so gespoilert hat, Jude, äh, dessen Partner kriegt die Mega, äh, wird in dem Film, äh, eine Mega-Diktation machen. Mhm. Doch im Cover von Chapter 4 war nur Sora zu sehen, mit Phoenix World. Ja, ich gucke noch mal gerade, gerade eben kurz. Ähm, während du, währenddessen kannst du ja weitermachen, was wir, äh, in diesen fünf Minuten auch für Digitation. sehen. Äh, wie du schon meintest, von Angmon zu Magna-Mon zu, äh, Seraphimon, dann, äh, wiederum von, äh, Biomon zu Bördramon zu Garudamon zu Phoenixmon. Dann, äh, ja, wirklich, äh, Digitation sehen wir nicht. Wir sehen eigentlich dann nur noch kleine Explosionen, Maschinenramon, äh, äh, mit Talcidramon kommt aus dem Wasser, will Kari an. Und, wie sollte es anders, äh, äh, man hat es ja in der Szene zuvor gesehen, wie Gabumon und Agmon, Tayhinter, äh, und Matt hinterher sind. Und diese beiden dann auch noch eine Diktation gemacht hat, die aber glücklicherweise nicht noch mit eingeblendet wurde, wenn, äh, wo ich aber immer noch sagen muss, äh, finde ich schade, denn ich glaube, äh, die Diktation von den beiden, also wirklich, äh, wie sie da aufs Mega-Level kommen, wurde in keinem Film so wirklich, äh, gezeigt. Kannst du mich gerne korrigieren? Ja, das wurde auch nicht in Rionien gezeigt, äh, was ich ein bisschen schade fand, aber da war es halt ein mega geiler Zusammenschnitt, äh, wie sie es halt gemacht haben. Ja. Digitation nach Digitation nach Digitation innerhalb des Kampfes, weil der, der Kampf stoppt ja, stoppt ja nicht einfach, dann sehen wir dem Diggi-Boden einfacher zu, wie es die, äh, die ganze Zeit digitiert rumbrüllt und so. Nee, es verwandelt sich ja instant, das ist ja genauso wie bei den Pokémon, wenn die Pokémon, äh, eine Evolution durchmachen. Ungefähr so kann man sich das ja auch vorstellen, in Echtzeit, weil wir ja zum Show sehen halt nur eine ziemlich coole Animation, beziehungsweise in den Trifilm halt für Champion und Ultra-Level halt mäßig gute Animationen, was CGI angeht, aber der Rest ist halt, sieht halt immer mega aus. Mhm. Aha, mega, und weil mega aussehen mit Mega-Digitationen, ne, du verstehst schon. ja, aber apropos mega, jetzt muss ich dir, äh, dir mal eine Frage machen, du hast ja bisher, äh, bis Chapter 5 alles gesehen. Mhm. Ja. Frage an dich, konntest du dir vorher vorstellen, welche Mega-Digitationen, äh, die restlichen Kinder ja bekommen? Äh, ja. Durch? Äh, ich hab irgendwann mal ein Artwork gesehen von allen Mega-Digitationen, die halt eigentlich da, äh, dazugehört, inklusive den, der zweiten, beziehungsweise alternativen Mega-Digitationen von, ähm, Angewohmann. Angewohmann kann sich ja zu, äh, wie heißt sie ja nochmal? Ufanimon. Genau, Ufanimon, danke, und dann kann sie sich ja in diesen mystischen Drachen auch... Magnaramon. Magnaramon, genau. Äh, ich und, ich, äh, ich und Namen, keine Ahnung, äh, wir werden nie Freunde, aber ich weiß, wie sie aussehen, von daher. Äh, äh, das war ne, das war ne Digipedia, ähm, Gedächtnis, äh, an meiner, äh, äh, hilft mir da gerne auf die Sprünge. Genau. Da wurde zum Beispiel äh, äh, okay, das beide, beide standen halt direkt, äh, auf dem Bild nebeneinander und ich hab halt die Digimon-Spiele gezockt. Also hier, äh, Digimon-Story, Cyber-Sloof. Äh, da ist es auch möglich, beide zu bekommen. Ja. Äh, jetzt muss ich dazu sagen, wie ich wusste, bevor die Filme kamen, bevor Digimon-Syber-Sloof und Cyber, äh, Story-Sloof, Memory, Pipapola, Idöns, schlechte Spiele halt, äh, muss ich selbst als Digimon-Fan sagen, Das Kampfsystem ist cool. Ja. Äh, sagen muss, äh, ich habe es selbst durch ein Spiel erfahren. Ja. Denn, äh, ein Digimon-Spiel, was für die Playstation-Portable erschienen ist, äh, nur leider wieder mal nicht in Deutschland. Das fickt mich immer noch hart. Äh, Digimon-World-Next. Was? Äh, ist, keine Ahnung, hab ich jetzt mit dem Raum geforfen. Jetzt sag nicht, dass es richtig ist. Oh Gott, jetzt halt's Maul und lass doch mich vernünftig quatschen hier. Discord mag mich heute nicht. Ne, ich hab... also irgendwie in letzter Zeit nicht so okay. Ich habe gesagt, äh, Digimon-World-Next. Hab ich einfach so random in den Raum geworfen. das auch nicht, ähm, denn dieses Spiel ist noch vor den, uns, äh, den jetzt aufgezählten Digimon-Spielen erschienen, denn es trägt den einfachen Titel Digimon-Adventures. Lol. Ja, es gab ein PSP-Spiel, was nur in Japan erschienen ist, in der die Gesamtstory von Digimon-Adventures in einem Spiel dargestellt wird. Bloß, dass der Fakt, äh, da noch einspielt, dass sie, äh, Spiel ihr Mega-Level erreichen können. Dieses Spiel selbst habe ich natürlich nicht auf Playstation-Portual gespielt, sondern nur über einen Emulator. Und, äh, habe mir da auch das, äh, Patch-System von einem YouTuber, der das ganze Spiel gepatcht hat, äh, wo er zumindest versucht hat, äh, auf Deutsch zu patchen, äh, zu nutzieren macht, um überhaupt das Spiel spielen zu können, denn japanisch ist dann doch nicht so meine Stärke. Aber dadurch habe ich auch, äh, weit, weit vor den ganzen Sachen erfahren, äh, was die eigentlich Mega-Diktation sind. Wobei, bei manchen konnte ich es mir auch noch vor dem Spiel denken, denn, ja, wir sehen, gerade, ich nehme mal als das beste Beispiel, Tentumon. Caputerimon, Mega-Caputerimon, hm, was könnte dann wohl natürlich logischerweise die Mega-Form sein? Auch wenn Mega-Caputerimon schon das Mega drin bleibt, ist es immer nur in Ultra. Ja, das finde ich ein bisschen, aber auf Herkules-Caputerimon wäre ich jetzt auch nicht gekommen, außer halt, äh, wenn ich nicht diese Karte gehabt hätte, hätte ich es auch nicht gewusst, weil das habe ich mir damals als kleiner Buch schon zusammengereimt, aber, ähm, dass es halt ein weiterer Käfer sein wird, hätte man sich denken können. Ja, muss ich sagen, da hätte man sich definitiv denken können, allein, weil der Name Caputerimon im Namen enthalten ist. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe, seit die Filme erschienen sind, habe ich dann später auch noch andere Artworks gesehen, von den jeweiligen Mega-Diktationen und da gab es ein Artwork von Izzy und seinem Mega-Digitations-Partner und zwar Tyrant Caputerimon. Hm, kann ich die gerne mal nachher schicken? Äh, ja, ich weiß, ich weiß, wer du meinst. Achso, na dann. Mega-Kram, äh, das, das allerdings, ähm, zumindest in Digimon Story, Cyber-Sleuth, war der schon in Hackers, kam der erst Hackers Memories oder schon im ersten Teil, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall müsste der, im zweiten Teil kam der auf jeden Fall vor, da habe ich den auch, äh, auch genommen, weil der halt eigentlich mega stark im, äh, ist, da, wo man's, äh, bekommen kann. Ähm, äh, wie gesagt, äh, und da habe ich halt auch noch so andere Artworks gesehen, aber, äh, ja, worauf ich eigentlich kurz hinaus möchte, du darfst ja gleich wieder reden, Tyrann-Carpoteremon oder Tyrant-Carpoteremon, wie man's ja auch immer nennen möchte, ob man's englisch oder deutsch ausbrechen möchte, ist ja eigentlich eine, quasi eine Stufe noch über Herkules-Carpoteremon. Also es zählt ja, können wir gleich mal gucken. Hat von der, von der Stärke, soweit ich weiß, so ein, steht da noch einen kleinen Tick drüber oder sie stehen halt gleich und es ist halt Monty & Hacker's Memories zur Verfügung. Kann auch sein. Äh, wo gehen wir mal schnell? Tyrant-Carpoteremon. Äh, im Übrigen, ich habe auch in der Zwischenzeit nachgeguckt, es ist tatsächlich nur Maschinen-Dramon und Phoenixmon drauf zu sehen auf dem Cover und natürlich Tapiermon. Was, das war auch noch zu sehen? Ja, ganz klein. Äh, es, es blickt gerade auf Tys Schritt. Ja, äh, im Übrigen, da können wir nach dem Finalkampf, äh, gleich weitergequatscht haben, auch ganz kurz drüber eingehen, dass das mein, also Teil Schritt, okay, ähm, du wusstest jetzt nicht, dass du darauf eingehen möchtest? Natürlich, äh, äh, im Übrigen, äh, ich habe jetzt mal schnell wegen Tyrant-Carpoteremon geguckt, äh, es ist nur auf dem normalen Mega-Level und, äh, zählt halt nicht zu den DNA-Diktationen, ist wahrscheinlich eher so im Spiel wieder gedacht, ähm, aber ich sehe gerade, äh, Kann auch sein, dass ich mich einfach nur verlesen habe. Kann natürlich auch sein, ich sehe aber trotzdem gerade in den guten Digipedia auch die, äh, Attacken von dem, und, äh, ja, ich könnte mich jetzt schon mehr wegschmeißen. Äh, 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 wir sind es schon längst überfällig, äh, dann, dann hau mal eine, eine, eine Attacke raus. Ähm, ich weiß, dass es Feuer und Pflanze ist. Äh, Schein der Biene. Krass. Phönixmon, übrigens sehr schönes Design, das Phönixmon hier hat, ähm, mach's, ja, wir müssen auch, wir müssen trotzdem auch irgendwann mal zum Abschluss kommen. Genau. Ähm, Phönixmon hat, äh, so ziemlich den negagreizten Auftritt, im Übrigen, äh, auf dem Cover sehen wir noch ein, äh, 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 40 kmh Stopp Schild. seh ich gerade. Sehr random. Egal, ähm, die, die Szene, wie halt sie, wie sie jetzt Phönixmon inszeniert haben, mega geil. Ich hätte gerne 5 Minuten weiter dabei zugucken können. Weil, dann hätte der Film wenigstens noch ein bisschen Inhalt gehabt, aber so ist halt, sie besiegen Maschinen-Dramon, sie besiegen Metal-Sie-Dramon, diesmal, ähm, reist, äh, vor Greymon, das Metal-Sie-Dramon nicht in 2. Naja, in 2 auch nicht ganz, es hat ihn regelrecht durch ihn. Ja, ja, aber es, es waren im Endeffekt danach 2 Teile. Von daher, äh, danach ist der Film eigentlich vorbei. Gut, dann hast du die Szene, die du, äh, äh, vor ungefähr 1,5 Stunden angesprochen hast, äh, jo, hier da mit, ähm, Make-O-Mon und, äh, Pseudogenai und dann ist der Film vorbei. Und, ja, das war's. So, Synchronsprecher, das haben wir auch noch auf dem Kasten. Das, keine Sorge, das geht schnell. Alles wieder wie gewohnt, geil, synchronisiert. Chris hat offenbar was gegen meine Aussage. Nein, das war diesmal ein wirklicher Huster. Ich weiß, das wollte ich eigentlich nur so homoistisch als Witz einbauen. Ähm. Tun deine Witze. Die sind meistens schlecht, aber, was nicht schlecht ist, das sind halt die beiden neuen Synchronsprecher für Kari und Issi, die halt jetzt da sind, weil kreative Differenzen von den beiden ursprünglichen Synchronsprechern, was ich schade finde, aber sie passen halt. Sie leisten gute Arbeit, sie leisten vor allen Dingen hervorragende Arbeit und das finde ich geil. Und, ja, es hört sich alles immer ganz gut an und ich, äh, freue mich auch, äh, in, aus, ja, auf, auf, auf Jodscher und, äh, auch auf, ähm, Symbiose des Normal-Kurz-Revue passieren zu lassen. Aber, was sagst du denn dazu? Fandst du die neuen Synchronsprecher für die beiden Charaktere passend oder haben sie dich gestört? Äh, ich bin ganz ehrlich, ich fand sie passend, denn sie sind mir nicht aufgefallen. Ja, cool, gut. Sie sind mir einfach nicht aufgefallen, äh, ich wusste, dass bei Kari sollte da, da hab ich dann erst so skeptisch so rein geblickt und dachte mir so, hä, ist das jetzt wirklich so gut? Bei Essie wusste ich's vorher schon, äh, aber, wie gesagt, die haben ihre Arbeit so super geleistet, dass es mir persönlich nicht aufgefallen ist. Ja. Wahrscheinlich sind, ist der Stimmunterschied wirklich, äh, aus meiner Sicht nur leicht gravierend Unterschied, dass es mir nicht mehr vor den Schirm passt. Also wenn, wenn, wenn du beide direkt nach, also beide Filme kurz direkt nacheinander guckst oder einen der beiden halt, äh, dann ist das halt so, das merkst du halt sofort. Aber wenn, wenn du halt wie, wie auch, äh, sonst immer so fast ein Jahr dazwischen liegt, zwischen den einzelnen Filmen, dann kann man das, äh, durchaus, äh, für dieselbe Stimme halten, weil sie ja eine relativ ähnliche, äh, Stimmfarbe haben. Mhm. Aber großartig, äh, großartig Arbeit haben sie da geleistet und, ähm, ich freu mich auf jeden Fall, äh, auf den letzten Film. Ähm, damit kommen wir zum Fazit des, äh, vierten Films. Äh, Chris, du darfst anfangen. Äh, abgesehen davon, dass, äh, hier, zuvor noch Himikawa und ihr Tapimon einen sehr cringy Auftritt haben. Ja, aber das ignorieren wir dieser Stelle. war, äh, für mich der Film eigentlich wieder genial gewesen. Dass, wie gesagt, da, äh, die neuen Synchronsprecher drin waren, ist mir nicht wirklich aufgefallen, abgesehen davon, dass ich's wusste. Aber ansonsten, abgesehen davon, dass, uh, wenig wirklich interessante Story diesmal, äh, enthalten war, besucht der Pseudogenai mit seinem Creepy Face. War, war der Film im Ganzen wieder mal sehr gut gelungen. Ja, also, grundsätzlich von der, von der reinen Technik und so, das sieht alles immer noch, äh, zichtgeil aus und so. Aber, er hat halt, abgesehen von der Storyline mit Sora, keinerlei Inhalt. Das mega schade ist. Denn, diese gesamte Storyline, die hätte man auch ein bisschen straffer erzählen können. Und, äh, vielleicht irgendwie einen Inhalt bringen können, der den Film halt wenigstens trägt. Und, naja, wie gesagt, äh, Anfang geil, der Mitte Teil ist langweilig, es fuck. Der Ende, das Ende sieht mega geil aus, mega geil inszeniert, aber zieht sich, äh, wie ein altes Kaugummi. Und, ja, insgesamt so, bis jetzt der schlechteste, äh, der, ähm, Digimon-Tri-Filme. Und, damit, äh, würde ich auch an dieser Stelle den Podcast beenden. wir sagen, wir sagen, bis morgen zum vorletzten Teil der Digimon-Tri-Mega-Review-Podcast-Reihe, wo wir dann über Digimon-Tri-Chapter-Five, so war das, ähm, Symbiose sprechen, um dann, äh, am gleichen Abend uns ins Kino zu begeben für den letzten Film Our Future. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tüdelö. Ciao.